ok ach jetzt haben wir schon so viel schönes gehört es ist wieder zeit für eine kleine wiederholung zurücklehnen entspannen wir sind im magen der magen liegt im linken oberbauch intra intraperitoneal auf höhe th 11 l2 bis l3 der magen liegt in nachbarschaft vorne zu den zwerchfell zu der leber zu der vorderen bauchwand hinten seitlich zum milz hinten mittel pancreas hinten unten das gekröse des quer kolons oben hinten oben die mir da drauf die neben hier und ganz unten rechts noch ein bisschen leber das sind die nachbarschaftsbeziehungen silberen magen in voller pracht dann sehen wir wir haben eine kleine kurvatur eine große kurvatur an der kleinen kurvatur finden wir die verbindung zur leber über das momentum minus das kleine netz bestehend aus sie sagen es dem ligamentum hepatogastikum und dem ligamentum hepatoduodenale vorne an der großen kurvatur quasi startend das große netz was vorne hinunter hängt das momentum majus bestehend aus ligamentum gastro colicum ligamentum gastros plenicum ligamentum gastro frenicum das ist schon die nachbarschaft die abschnitte aber klar wir haben die cardia wir haben den fundus wir haben den corpus wir haben das antrum den canalis pyloricus und den pylorus das an die verschiedenen abschnitte keine kurvatur große kurvatur kleine insisur oben an insisur unten so einfach ist das das ganze hat ein zeit ein bestimmtes relief im inneren haben wir hier die magen falten plicke gastrique wir finden die magenfelder die aree gastrique und wir finden die magen grübchen die foveoli gastrique und schon sind wir beim wandaufbau das ganze spielt sich einer schleimhaut ab nämlich in der mucosa epithil schicht lamina propria mucose lamina muskularis mucose erst wenn diese lamina muskularis mucose durchbrochen wird von einem entzündungsprozess erst dann sprechen wir von einem ulkos sehr schön gemerkt ist die schädigung zieht die schädigung nur durch die ersten beiden schichten und durchbricht nicht die lamina muskularis mucose dann haben wir nur eine erosion vorliegen erst wenn die lamina muskularis mucose durchbrochen wird dann sprechen wir von einem ulkos deshalb wollten wir uns ja diese kleine muskelschicht merken später für die klinik es kommt dann die sub mucosa und hier finden wir schon das erste geflecht nämlich den plexus sub mucosus meisner plexus und in klammern den schaberdasch plexus dann kommt die muskularis innen ein stratum zirkulare allgemein ja aber im magen haben wir sogar noch eine fibre obliques schicht eine schicht mit schräg verlaufenden fasern ganz innen dann die ringmuskelschicht stratum zirkulare dann die längs muskelschicht stratum longitudinale und dazwischen der plexus müenterikus der auerbach plexus das nächste nervengeflecht das speziell die muskulatur hier jeweils inner wird und hemmt je nach funktion die notwendig ist gerade das waren alle schichten nein das ganze liegt ja intraperitoneal also kommt nur noch außen eine sub serosa und dann diese rosa als erstes blatt des bauchfelds schon kommen wir zu den magendrüsen am eingang finden wir die cardia drüsen am ausgang die pylorus drüsen sie diese bilden beide vor allem schleim wohingegen die pylorus drüsen auch noch mit den g-zellen die sie besitzen das gastrin bilden wir haben dann im bereich fundus und korpus vor allem die hauptdrüsen diese hauptdrüsen sind die folgt aufgebaut wir finden oben die nebenzellen wir haben dann die belegzellen und dann die hauptzellen die nebenzellen bilden schleim die belegzellen bilden salzsäure und den intrinsic faktor oder den intrinsischen faktor die hauptzellen bilden das pepsinogen das dann zum pepsin wird ein eiweiß spaltendes enzym in klammern wollten wir uns merken dass auch magen lipase hier gebildet werden kann ferner finden wir eingestreut hier im magen schon im dünndarm später wird es noch viel intensiver überall kleine hormon bildende zellen im magen vor allem das gastrin das histamin und es kommt dann noch über den parasympathikus das acetylcholin und genau diese drei boten stoffe acetylcholin vom parasympathikus histamin und das gastrin diese drei docken an an der belegzelle und stimulieren diese salzsäure zu bilden sei schon kurz an der stelle eingefügt dass der gegenpart also die schleim bildung vor allem durch die prostaglandine aktiviert wird ebenfalls ein botenstoff ein gewebshormon genau genommen das postaglandin zwei das hier in diesem falle die schleim bildung anregt dazu dann später mehr in der physiologie was fehlt es doch naja die arterielle versorgung dieses magens als der werden aus der aorta kommt heraus der trunkus syliacus aus dem abgang arteria hepatica communis die arteria hepatica communis nach rechts nach oben die arteria gastrica sinistra nach links die arteria splenica die arteria hepatica communis gibt nach unten ab die arteria gastro duodenales es bleibt die arteria hepatica propria genau diese gibt ab die arteria gastrica dextra die arteria gastrica dextra und die arteria gastrica sinistra verbinden sich zur zweiten akkade an der kleinen kurvatur die arteria hepatica communis gibt nach unten ab die arteria gastro duodenales diese gibt ab die arteria gastro omentales dextra die arteria splenica nach links gibt nach unten ab die gastro arteria gastro omentales sinistra die beiden verbinden sich zur zweiten akkade an der großen kurvatur ferner gibt die arteria splenica noch ab die arteria gastrica posterior und arterie gastrica brevis das war schon die arteria versorgung und die venen jetzt ein kinderspiel die vena gastrica sinistra und dextra bilden eine corona einen gemeinsamen bogen der abfluss zieht zur vena porte die vena gastro omentales sinistra die vena gastro omentales dextra zieht zur vena mesenterica inferior die natürlich wohin geht zur vena porte am ende treffen sich alle dort denn die vena porte sammelt ein den venösen abfluss aller unpaaren bauchorgane die normale versorgung sieht so aus dass wir hier natürlich das darm nerven system haben mit dem plexus meißner also plexus submucosus meißner plexus schaberdasch plexus und außen den auerbach plexus autonome funktion aber natürlich wird diese moduliert durch anteil des autonomen nervensystems sympathikus und parasympathikus sympathikus gelangt hierhin wie aus dem seitenstrang des fünften bis neunten torakal marx ziehen die fasern durch den grenzstrang um über den mit dem nervus splanschnikus major zum ganglion ciliacum zu gelangen dort die umschaltung erst der sympathischen fasern von dort ziehen sie dann ein in den plexus gastrikus die nervi vagi werden zu einem geflecht im össervogus bereich danach werden sie zu zwei stemmen trunkus genannt trunkus vagales ein vorderer und ein hinterer beide ziehen hinunter ein paar fasern gehen ebenfalls über das ganglion ciliacum der rest geht ein in die beiden plexus und das ganze mit auch parasympathisch versorgt parasympathikus motilität bewegung sekretion gefäß weitstellung sympathikus weniger sekret weniger mutter die motilität aber dafür mit der pylorus durch den sympathikus aktiviert sensible fasern aus diesem bereich insbesondere auch notizeptive also schmerzfasern neben den weg über oder begleiten quasi die sympathischen fasern in ihrem verlauf nun bringen die sie die botschaft dann zurück zum rückenmark damit gehören sie nicht zum sympathikus aber diese von ihnen kommenden viszerosensiblen fasern nehmen den gleichen weg wie die sympathischen fasern die hineingezogen sind und damit ist der magen fertig schön dass sie bei uns reingeschaut haben ich hoffe der clip hat ihnen gefallen wenn sie neugierig auf mehr geworden sind unten im text finden sie die links zu unserer homepage und zu unserem kooperationspartner lecturio der unsere online vorlesungen für sie bereithält ich freue mich auf ihren besuch